Ich will es nicht zeigen. Es ist aber eine sehr gute Story. Ich finde, du sollst dir erzählen, wenn du Lust hast. Kann man politisch erfolgreich sein und dennoch man selbst bleiben? Ja, Nikolaus Stehmann, kann man politisch erfolgreich bleiben und dennoch man selbst bleiben? Das ist ja ein fast leitmotivischer Satz für diese Inszenierung. Warum war das so zentral für Sie? Ja, das ist eine Frage, die wird ja von der Serie gestellt. Die wird von der Serie gestellt, um sie positiv zu beantworten. Und dieser Satz ist jetzt kein Zitat aus der Serie, sondern ein Zitat des Erfinders der Serie, Adam Price, der das in einem Interview gesagt hat, das war für ihn das Leitmotiv, diese Serie zu schreiben. Und er wollte ein positiveres Bild von der Politik schaffen, als man das gemeinhin hat. Und da kann ich vielleicht gleich mal ein bisschen versuchen, hier gegenzusteuern, gegen das, was Sie jetzt auch in Ihrer Einleitung gesagt haben, was auch Jürgen Trittin mir in seiner Kritik unterstellt, dass ich jetzt angetreten bin, um das per se zu zersägen und zu zeigen, dass Politiker korrupt sind und Politik sowieso auf verlorenen Posten steht. Also ganz so einfach ist es nicht. Gut, aber ich wollte jetzt erst mal Jürgen Trittin fragen. Diese Frage, wie kann man politisch erfolgreich sein und trotzdem man selber bleiben, war das eine Frage, die Relevanz hatte für Sie, als Sie 1984 sozusagen in die Politik gegangen sind, aktiv sozusagen bei den Grünen, vier Jahre nach der Gründung der Partei? Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Und ich glaube, das ist genau das, was dem Nikolaus Stemmer nachgegangen ist. Nämlich, die Frage hat Shakespeare schon beantwortet. Wie denn? Ja, es gibt Mächte, das heißt, es gibt Strukturen, wo derjenige, der meint, handeln zu sein, und zwar grausams handeln zu können, wie Richard III. plötzlich erfährt, dass auch andere Mächte ihn mitgestalten. Und das ist eigentlich die Frage. Und ich habe die Inszenierung eigentlich so verstanden als den Versuch, diese, wenn man so will, liberal, vielleicht auch sozialdemokratische Utopie, die hinter Borgen steht, nämlich die Erklärung von Max Weber, Politik als Kunst des Kompromisses, und wir Engländer sagen Modeling Through, zurückzuführen auf die Strukturen und auf tatsächliche Machtverhältnisse unter den Bedingungen der Demokratie. Und den Ansatz, den teile ich im Übrigen. Ich fand sozusagen die Umsetzung an der Stelle nicht gelungen. Und das ist, wie ich finde, auch eine berechtigte Kritik, die Borgen unterscheidet von einer Serie zum Beispiel wie House of Cards, wo hinter der vermeintlichen Dämonisierung des Einzelnen völlig klar und brutal die Machtstrukturen durchbuchstabiert werden, die in solchen, wie sagt Wolfgang Stee, demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften herrschen. Aber Sie fühlten sich missverstanden. Das können Sie ja vielleicht jetzt doch noch mal deutlicher sagen. Also ich fand, es war ein relativ pessimistischer Befund, zu dem die Inszenierung kommt, was die politische Kaste und auch das politische System und die Medien betrifft. Das mag sein, da kann ja aber nicht nur ich was für, wenn ich zu diesem Befund komme. Naja, schon. Naja, und wenn ich das richtig erinnere, hat Jürgen Trittin, glaube ich, zwei wesentliche Punkte kritisiert. Das eine, wir würden mit einer These angetreten sein, die die Serie gegen den Strich bürstet und die sich zur Aufgabe macht, zu zeigen, dass Politiker per se korrupt sind und dass man gar nicht anders Politik machen kann als korrupt. Und das zweite, dass er das dann über die dreieinhalb Stunden ermüdend fand. Wobei mich der letzte Punkt sehr viel mehr trifft, weil ich will ja keine Leute ermüden. und da aber vielleicht sich die Frage auch stellt, woher kommt die Ermüdung? Vielleicht geht man auch schon ein bisschen ermüdet da rein. Ich weiß nicht, ich habe auch gehört, Sie haben auch über Teile, glaube ich, Sie sind auch mal eingeschlafen zwischendrin. Aber das trifft mich sehr viel härter, weil ich natürlich jetzt nicht ermüden will. Und ich glaube aber, habe ein bisschen den Verdacht, dass die Ermüdung daherkommt, dass Trittin selber bereits mit einer These über diese Inszenierung da reingegangen ist, die er relativ schnell verfertigt hat. Das ist etwas, was oft passiert, glaube ich, im Theater. Man nimmt die Sachen runter auf die einfache Aussage, auf den einfachen Slogan. Und wenn man denen dann meint, verstanden zu haben nach ungefähr siebeneinhalb Minuten, dann fragt man sich, warum geht das jetzt noch über zwei Stunden weiter und kriegt nicht mit, dass tatsächlich mit dieser These was passiert, beziehungsweise, dass es gar nicht jetzt nur um diese These geht. Und da finde ich immer die Vorstellung, ja, weiß ich nicht, fast naiv oder rührend. Man würde jetzt als Theatermensch sich so einen Gegenstand nehmen, wie so eine große Fernsehserie, 30 Stunden Material, um zu sagen, von vornherein, die zerkloppe ich jetzt mal, um meine einfache Aussage, die dann auch noch so pauschal ist, Politiker sind einfach korrupt, rüberzubringen. Also dafür bräuchte ich mir nicht die Mühe zu machen, mit dem Gegenstand zu beschäftigen. War das denn so, dass Sie schon vorher wussten, wie Sie es finden? Nein, ich bin eigentlich mit einem sehr positiven Grundgefühl reingegangen. Ich war auch richtig ausgeschlafen an dem Abend. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ich fand sozusagen diese Soap, das ist eine Polit-Soap, nichts anderes, eine nette Abendunterhaltung und mit einer im Kern demokratischen Botschaft, aber jetzt nicht besonders tiefgehend. Und das Zweite, ich meine, ich bin mit einem positiven Gefühl gerade gegenüber dem Regisseur reingegangen, weil als ich hörte beim letzten Theatertreffen, es wird eröffnet mit Elfriede Jelinek, habe ich gedacht, Mann, ob du dieses Jahr zur Eröffnung gehst, das wird dir richtig anstrengend. Und er hat es geschafft mit dem Schutzbefohlenen, mich kein Stück zu langweilen. Und insofern bin ich mit einer ganz anderen Grundhaltung reingegangen. Ich bin an einer Stelle befangen. Und das will ich deutlich sagen. Was ich nicht abkann, ist die Rede von die Politik. Ich mag auch die Rede nicht von die Presse oder die Wirtschaft oder das Theater. Das ist mir alles viel zu simpel. Wenn das stimmen würde, was diese Deppen, die gestern wieder mit der Reichsflagge hier vom Bahnhof in Berlin gestanden haben und Merkel muss wegskandiert haben, wenn das stimmt, was die Politik angeht, was hilft dann gegen die? Ja, eine andere Politik. Und deswegen ist eigentlich die Frage, auf die man sich, oder auf die in dieser De- und Rekonstruktion von Borgen fand ich, man sich nicht vollständig eingelassen hat, die Frage, wie kriege ich, oder gibt es eine Chance für eine andere Politik, oder gibt es Strukturen und Mächte, die systematisch verhindern, dass eine andere Politik sich durchsetzt. Das ist die spannende Frage. Also den zweiten Teil Ihrer Frage, glaube ich, streifen wir zumindest schon. Und es war auch für mich zentral, genau das zu fragen, also woran scheitert es denn? Ich glaube jetzt nicht, dass es meine Aufgabe ist, als Theatermacher zu zeigen, wie es denn besser gemacht werden kann, oder so. Und schon gar nicht dadurch, dass man beschönigt. Ich sage nur noch mal ganz kurz, woher mein Interesse an der Serie kam. Das kam nicht daher, dass ich dachte, ich finde das so blöd, dass Sie ein positives Bild zeigen, sondern ich fand tatsächlich, die Probleme, die angesprochen werden, die Themen, die angesprochen werden in dieser Serie, auch die Art und Weise, wie sie angesprochen werden, total interessant. Und dann ist das erste Punkt wirklich ein großes Interesse. Das zweite Punkt des Interesses ist, wie kriegt man das formal aus der Ader übertragen, und was passiert dann damit? Und wie kriegt man darüber vielleicht was raus, über unsere Wirklichkeit und auch über unsere politische Wirklichkeit? Das weiß ich aber vorher nicht. Und das will ich auch vorher nicht wissen. So, wenn man dann drei Tage vor der Premiere ein Interview gibt, wo dann auch mal der Satz fällt, ich misstraue dieser positiven Figur der Birgitte Nübock schon ein bisschen, und daraus wird dann eine große Überschrift, Stemann-Doppelpunkt, ich misstraue der Nübock, und das wird dann zum Aufhänger für einen Großteil der Kritik, unter anderem der von Jürgen Trittin, auch so ein bisschen von Ihnen, habe ich den Eindruck, dann ist das fast ein Kollateralschatz, also ich gehe, glaube ich, mit sehr viel weniger a priori Wissen da rein, sondern ich bin interessiert, das Ganze in einen Prozess zu bringen. Und da in diesem Prozess passiert dann was Interessantes, nämlich darüber, dass man das ernst nimmt, diesen Gegenstand, und was in dieser Serie verhandelt wird, kriegt man raus, die ganzen Konflikte, die angesprochen werden, die sind schon sehr, sehr hart, und die Art und Weise, wie das eigentlich im Skript angelegt ist, ist viel pessimistischer, als man beim Gucken der Fernsehserie nachher den Eindruck hat. Wenn man mal tatsächlich guckt, in der dritten Folge, die wir auch zeigen, und auch auf die Bühne übertragen, dieses Finanzgesetz von Birgitte Nübock, das scheitert auf ganzer Linie am Ende dieser Folge. Und es wird trotzdem durch irgendeinen Move, den sie dann macht, in dem sie, da gibt es so zwei abtrünnige Abgeordnete, und damit sie sich denen nicht beugen muss, macht sie dann einen Deal mit dem konservativen Lager. Es kommt aber aufs Gleichere drauf raus, wie auf das Scheitern dieses Finanzgesetzes. Das Einzige, was sie retten kann, ist die Verdoppelung der Entwicklungshilfe, weil das so wenig Geld ist, dass das nicht ins Gewicht fällt. Der Preis dafür ist Erhöhung der Militärausgaben und Sparen bei Arbeit und Soziales und so weiter. Also das ganze Gesetz wird zersägt. Und am Schluss sieht man sie als letzte Einstellung im Hinterteil ihres Autos sitzen und von unten gefilmt, wie fürs Manager-Magazin, und die Botschaft, die das Bild transportiert ist, sie hat ein bisschen was verstanden. Sie hat was verstanden davon, wie man macht, oder wie man dieses politische Spiel spielt. Und das wird als etwas Positives verkauft. Und das ist tatsächlich das, was bei der Serie immer wieder passiert. Die Vorgaben, die gemacht werden, werden irgendwie letztendlich nicht in der Konsequenz durchgeführt. Und das führt dazu, dass sowohl die Figuren unbeschadet aus diesen ganzen Konflikten rausgehen, als auch mal so grundsätzlich die Strukturen. Und da hatte ich den Eindruck, dass wir beim Theater die Möglichkeit haben oder fast auch dazu verurteilt sind, weil wir nicht die 30 Stunden zur Verfügung haben und natürlich auch eine ganz andere Art von Fokus. Dadurch, dass so eine Setzung, dass man mit vier Schauspielern 32 Figuren spielt und so weiter, das setzt natürlich einen anderen Fokus als jetzt darauf, wie geht es denen denn so im Einzelnen? Darf ich hier mal einhaken? Ist das denn so? Funktioniert Politik denn so, wie mit jetzt in der gerade geschilderten Szene? Ja, sie kann so funktionieren, wenn sie für ein Gesetz eine Mehrheit brauchen und sie haben eine knappe Mehrheit und dann haben sie drei, vier regionale Abgeordnete, die wollen unbedingt, das ist ja eine Straße oder ein Flughafen oder was sie da gebaut bekommen haben wollen, dann kann es passieren in einer Demokratie, dass sie versuchen müssen, für das, was sie mal verabredet haben, einen bestimmten Preis zu zahlen. Und die Entscheidung ist immer, ist dieser Preis sozusagen geeignet, das, was ich eigentlich erreichen will, tatsächlich zu erreichen. Und der Fall Niborg und genau in dieser Szene, wo sie etwas als Erfolg abfeiert, was das Gegenteil von dem ist, vor dem sie angetreten ist. Und die Botschaft eigentlich ist, sie habe verstanden, das heißt, ist für mich ein Musterbeispiel für einen Fall, wo ich sagen würde, ja, da hat jemand, um seine Position zu retten, seine persönliche Position zu retten, seine politische Position aufgegeben. Das ist ein Mechanismus, der aber letztendlich der Entscheidung unterliegt, ob ich es tue oder nicht, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Diese Entscheidung wird aber jetzt in dem konkreten Fall etwas Positives verkauft. Ja, die wird in dem Fall etwas Positives. Und ich begreife ja sozusagen die Rolle des Skriptschreibers oder der Autoren so an dieser Stelle, dass sie versuchen zu verstehen, wie so etwas funktioniert. Und deswegen bin ich bei Ihnen an der Stelle, dass das Skript zum großen Teil in der Anlage der Konflikten viel kritischer ist als die gesoftete Version. Also was zum Beispiel in dem Buch über Spin-Doktoren gesagt wird, das seien Menschen, die eigentlich genetisch deformierte Lügner sind. Ja, das ist so. Ja, so wird er ja auch geschildert da. Trotzdem ist er in der Serie ein großer Sympathieträger. Und das hängt mit dem Genre zusammen. Das ist eine Art von melodramatischer Schilderung, die es nötig macht, dass man diese Figuren mag, damit man dranbleibt. Und das ist ja auch innerhalb, Sie sagen ja auch, das ist Soap irgendwie, das ist Abendunterhaltung. Darin ist das auch natürlich sehr legitim. Und es geht mir überhaupt nicht jetzt darum, dieses Genre zu kritisieren. Die Serie ist eine großartige Serie, ich habe die mit viel Freude geguckt. Sondern es geht eher darum zu fragen, sind nicht die Verhältnisse, in denen wir das jetzt gerade erzählen, doch so ein bisschen dramatischer. Aber was wissen Sie sozusagen über die Politik oder wie Politik funktioniert, jenseits dessen, was Sie darüber aus der Serie erfahren haben? Und also um das sozusagen so gegeneinander zu schneiden, wie Sie es dann getan haben in Ihrer Inszenierung oder zu Ihren Ergebnissen zu kommen. Ich mache ja kein Doku-Theater. Kein was? Kein Doku-Theater. Von daher läuft das, glaube ich, immer so ein bisschen anders. Wir haben recherchiert, wir haben uns mit Leuten getroffen, wir haben uns mit Politikberatern getroffen, auch mit Lobbyisten. Das ist aber gar nicht so wesentlich. Also ich glaube, meine Form von Theater versucht, Wahrheit auf eine andere Art einzufangen. Und das ist eher energetischer. Und das funktioniert darüber, dass ein Prozess angestoßen wird und dass vielleicht sich so in so einer Erzählung, in dreieinhalbstündigen Inszenierung, irgendwie ein Energiefeld entsteht. Das klingt jetzt alles sehr esoterisch, aber ich kriege das nicht anders gefasst. Indem sich dann so etwas wie Wirklichkeit verfangen kann. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass man einem Kollektiv das anguckt und verschiedenes Wissen zusammenkommt. Also so ein Insider-Wissen von Jürgen Trittin, der, wenn ich das richtig verstehe, in vielem uns auch zustimmt, bei dem, was wir da machen. Und in bestimmten Punkten sich dann vielleicht auch getroffen fühlt. Oder so. Und andere Leute, die ähnlich wenig Ahnung von der Insider-Position haben wie ich. Also ich habe überhaupt keine Ahnung natürlich von Politik, außer dem, was mir Leute erzählen und dem, was ich beobachte und sehe. Und trotzdem habe ich irgendwie einen Wunsch, Sachen rauszufinden. Und das war jetzt konkret bei Borgen, wo es ja in der Serie schon, die vor ein paar Jahren gedreht wurde und angelegt wurde, schon so konkret um die Flüchtlingsproblematik geht, ging es mir um diesen Punkt natürlich verstärkt. Zumal ich mich, Jürgen Trittin hat von den Schutzbefohlenen gesprochen, davor ja eher mit der außerparlamentarischen Position beschäftigt habe. Also Unterstützer von Flüchtlingen und Geflohene, die ihre Stimme erheben und diese Problematik. Und da war ich dann schon wirklich überrascht, als auf einmal im Herbst Angela Merkel und nicht nur sie, sondern mit ihr auch die Bild-Zeitung und sämtliche Industrievorstände Deutschlands auf einmal Sachen gesagt haben, die ich vor einem Jahr noch auf Demos erzählt habe und mich damit in einer ziemlichen Minderheitenposition fand. Aber nur vorübergehend. Genau, dieser Autumn of Love oder was das da war, diese paar Wochen. Ich war da sehr, sehr misstrauisch. Ich fand das unglaublich beunruhigend. Tatsächlich kam von der Urlaubsreise wieder und guckte die Bild-Zeitung an und glaubte, meinen Augen nicht zu trauen im ICE. Und dachte, na mal sehen, was daraus passiert. Und wir sehen ja jetzt, was damit passiert. Also man denkt immer noch, dass Angela Merkel die Refugees-Welcome-Kanzlerin ist, aber die Politik, die unter diesem Deckmantel gemacht wurde, ist eine völlig andere. Und dafür schien mir diese Serie geeignet, das mal zu hinterfragen. Und ich glaube, dass wir das auch sehr spezifisch tun und sehr viel spezifischer als jetzt so pauschale Urteile das Glauben machen, die dann sagen, ich will was über die Politik, die korrupt ist oder so sagen. Das ist vielleicht so in der Anfangskurve, wo wir dann in der Serie folgen. Es gibt dann ja im zweiten da so einen Punkt, wo das wirklich einbricht. Also diese Afrika-Folge oder davor auch die Grüne, also wo es um die Außenpolitik geht und dann um die Flüchtlinge. Und wo man dann so einen einfachen Satz, der am Ende von so einer Folge steht, Birgitte Nübock schafft Frieden in Afrika, tatsächlich mal genauer anguckt und mit der Genauigkeit anguckt, wie das in der Serie auch passiert. Und wiederum ein bisschen kaschiert vom Melodramen und von den dann doch irgendwie Out-of-Afrika-haften Bildern, die in dieser Folge dann stattfinden. Was passiert denn da wirklich? Und die ganzen Voraussetzungen für diese Erzählung sind alle sehr, sehr scharf und klar getroffen von dem Erfinder der Serie. Also es gibt ein Industrie... Okay. Herr Frieden, muss ja auch mal zu Wort kommen. Also ab und zu müssen Politiker auch mal was sagen dürfen. Können Sie denn noch mal Ihre Kritik, die Sie haben, was Sie da genau simplifizierend fanden, ein bisschen präzisieren? Wie so, also das ist ja doch relativ allgemein, weil das auch ein kurzes Interview im Radio ist und wo wir jetzt hier so an den einzelnen Sachen sind, wäre das vielleicht doch nochmal interessant, auch für die Zuhörer mal zu hören, was Sie genau meinten. Ich fand übrigens nicht im Anfang, sondern im Schlussteil der Inszenierung die Zuspitzung darauf, dass sich eins zu eins immer die Interessen des Kapitals, das ist fast genauso pauschalierend, durchsetzen. Das ist jedenfalls das, was mir an Botschaft in der Inszenierung hängen geblieben ist, eine fragwürdige, weil die Durchbrechung und der Kampf sehr unterschiedlicher Interessen in einer solchen Gesellschaft einer ist, der sich nicht so simplifizieren lässt. Das ist eigentlich mein Kern an der Geschichte. Ich bin gar nicht da jetzt, dass ich gesagt habe, das ist ein misslungenes Stück, deutsches Theater oder gar kein Thema. ...theater und Politik reden, schon klar haben müssen, dass Theater nicht so funktioniert wie Politik und deswegen ist der Maßstab oder dessen praktizierende Politiker als Theaterkritiker natürlich immer in der Gefahr, aus seiner Sicht die Dinge zu beschreiben, die Nikolaus Dehmann ja zu Recht als einen Prozess beschrieben hat. Dennoch, ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo, bedingt durch die Traumatisierungen von 25 Jahren mehr oder weniger Allparteien-Neoliberalen-Diskurs, kombiniert mit der Frage, was sind eigentlich die Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008, 2009, plötzlich vor der Situation stehen, dass wir in fast allen Ländern ein Aufkommen extrem rechtspopulistischer, nationalistischer und systematisch nach unten tretender Bewegung haben. Und die Auseinandersetzung damit werden alle, alle Parteien, meine eigenen Laden mit eingeschlossen, auch künftig zu führen haben und sie haben dafür noch kein fertiges Rezept. Und ich finde, das muss man an so einer Stelle auch mal sagen, es gibt dafür kein fertiges Rezept. Aber wogegen ich mich wehren würde, wäre, dass man so tut, als wenn es sowieso nutzlos wäre. Sondern ich glaube, dass gegen rechtspopulistische Bewegungen solche zivilgesellschaftlichen Ansätze wie diejenigen, die sich praktisch um Flüchtlinge kümmern, solche Ansätze wie die 7500, die gestern gegen die 1000 doofe hier, oder Rechte, die sind nicht doof, die sind rechts, hier demonstriert haben. Das ist auch eine Verharmlosung, nämlich. Ja, ja, das ist auch eine Verharmlosung. Und deswegen habe ich mich gleich korrigiert. An dieser Stelle demonstriert haben und die Frage, und ich glaube, von der drücken sich viele dieser sich jetzt rausbildenden aufgrund dieses Drucks, die sind jetzt mit 24 Prozent in Sachsen-Anhalt drin, sie sind in verschiedenen anderen Parlamenten so, dass fast nur noch lagerübergreifende Koalitionen möglich sind. ist, dass aufgrund dieser Situation die eigentliche Frage, die mich dahinter steht, welche Konsequenzen ziehen wir eigentlich aus der gebrochenen Aufstiegs- und Teilhabeversprechen, die sich in dieser Krise offenbart hat. Ziehen wir daraus die Konsequenz, wir treten gegen die, die noch schwächer sind, das ist die AfD-Variante, oder ziehen wir darauf, dass wir genau dieses korrigieren müssen. Das heißt, dass wir diese Strukturen, die das machen, tatsächlich ändern müssen. Und das ist die spannende Frage. Für mich jetzt aus politischer Sicht. Was für eine Rolle kann das Theater da spielen? Nein, na erst mal, es freut mich sehr, dass Sie auch diese rechtsextremen oder fundamentalistischen Bewegungen in Verbindung bringen mit einer neoliberalen Politik und auch den Zeitraum 25 Jahre irgendwie hier erwähnen. So richtig den Turboantrieb in Deutschland hat natürlich die neoliberale Politik gekriegt zu einer Zeit, als Sie an der Regierung waren. Ich glaube nicht, dass das in Ihrem Interesse war. Trotzdem konnten Sie irgendwie offensichtlich relativ wenig dagegen machen. Und wenn Sie jetzt sagen, dass das alles so fatalistisch ist, was ich da zeige, ich zeige ja irgendwie dann doch das tragische Scheitern einer Figur, die um Integrität bemüht ist und die eigentlich mit Sachen antritt, mit Programmpunkten, die ich persönlich alle unterschreiben würde. Ich zeige das tragische Scheitern. Wenn das nicht so ausweglos ist, was ich ja hoffe, wenn es die Möglichkeit gibt zu gestalten, dann stelle ich mal die Frage an Herrn Trittin oder auch an seine Partei, warum machen Sie es eigentlich nicht? Warum machen die Grünen keine linke Politik mehr? Warum macht sie die... Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, die Antwort auf Rechtsextremismus ist eine soziale Politik, eine sozialere Politik und die ist im Moment nicht zu sehen. Warum ist das eigentlich unmöglich, politisch eine gerechtere Steuergesetzgebung durchzunehmen? Warum ist es unmöglich, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, diese ganzen Sachen, dass die Versteuerung auf Kapitalerträge so viel niedriger ist als die auf Arbeit? Das sind ja alles mal die politischen Instrumente, die man hätte, um dieser neoliberalen Politik entgegenzuwirken. Warum passiert das denn eigentlich nicht? Und wenn jetzt wir so eine CDU in der Regierung haben, die erstmal mit einer angeblich sozialdemokratischen Partei zusammen, und dann aber auch sich massiv Richtung der Grünen, glaube ich, orientiert, indem wir sie so machen, auf zukünftige Koalitionen gerichtet. Warum ist das offensichtlich nicht möglich, das durchzusetzen? Das kann ich mir dann doch nur erklären, dass vielleicht dann doch der einzelne Politiker mit seinen Idealen da nicht die Möglichkeit hat. Ja, ich stelle ja nur die Frage. Naja, ich könnte das fast mit einem Satz beantworten, weil das letzte Mal, als meine Partei mit mir, Katrin Göring-Eckardt, als Spitzenkandidatum für ein solches Programm angetreten sind, wir mit 8,5 Prozent nach Hause geschickt worden sind. Das war zwar immer noch das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Grünen, aber es hat erstmal offenbart, eine massive Marginalisierung. Und ich will jetzt gar nicht über mein Schicksal oder so an dieser Stelle lamentieren, sondern den Mechanismus beschreiben. Das, was wir damals gemacht haben, war, dass wir uns angeguckt haben, was braucht man eigentlich für diese Gesellschaft, um mehr Zusammenhalt hinzubekommen. Und so eine Standardantwort, die bis heute in weite Teile selbst der CDU, reingeht, ja, man muss dafür sorgen, dass alle Zugang zu besserer Bildung haben. Das ist ein netter Karlauer, weil wir geben nur einen kleineren Teil des Bruttosozialprodukts für Bildung aus, als fast alle anderen entwickelten Gesellschaften. Wir haben uns gesagt, wir investieren mehr in Bildung. Wir haben einen zweiten Punkt, das wird ja als Grüne nicht wundern, wie kann man eigentlich dauerhaft nachhaltig, ohne dem permanenten Zwang zu mehr Wachstum zu unterliegen, Wertschöpfung kreieren. Das geht über Investitionen in ökologische Erneuerung, in Energieeinsparung und ähnliches. Für all das braucht man Geld. Dann haben wir es mal aufgeschrieben, wie finanziert man das solide? Man finanziert das durch den Abbau ökologisch schädlicher Subventionen. Warum muss in Deutschland ein Porsche Cayenne, der hier über die Straße fährt, mit 15.000, 20.000 Euro übers Dienstwagenprivileg finanziert werden? Warum müssen Arbeitseinkommen höher besteuert werden als Kapitaleinkommen? Also all die Fragen, die Sie an dieser Stelle benannt haben. Das Ergebnis ist gewesen, dass am Ende in der Hochphase des Wahlkampfes gesellschaftlich relevante Gruppen, wie zum Beispiel der Vorsitzende des DGB, sich gegen diese falschen Umverteilungspläne der Grünen gestellt haben. Das waren nicht nur die sogenannten Familienunternehmen, hinter denen vielfach Milliardäre stehen. Das sind nicht kleine Mittelständler, wie wir sie uns vorstellen. Die dürfen immer nur vorne bei den Präsidentenämtern stehen. Die Leute, die dahinter stehen, sind superreich, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sondern der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat sich explizit gegen eine solche Sache gestellt. Der letzte, den wir auf unserer Seite hatten, war Herr Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sozusagen der organisierte politische Katholizismus war linker als der Gewerkschaftsbund. Das ist ein Stück der Realität, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich glaube, dass wir über all die Jahre ein Phänomen haben, wo Leute der Idee nachgegangen ist. Und das ist unterschiedlich zum Beispiel zu Skandinavien. Dass der Staat etwas ist, was den Leuten fremd ist und ihnen was wegnimmt. Dass der Staat nicht Ausdruck ist von etwas, wo Gemeinschaft sich auch darüber organisieren kann. Ich sage nicht, dass er das immer tut, sondern dass er sich über Gemeinschaft organisieren kann. Dass es so etwas gibt, wie eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung, der sich in dieser Form manifestiert. Und dass Gesellschaft etwas zusammengehört. Sondern es ist eingerissen in dieser Gesellschaft eine Haltung, übrigens bis weit in unsere eigenen Kreise rein, ich habe ja die Diskussion dann auch Auge in Auge mit Einzelnen führen dürfen, darüber, dass wenn jeder für sich selber sorgt, für alle gesorgt ist. Und genau das funktioniert nicht mehr. Das war jetzt keine Fernsehserie, sondern Politik live sozusagen. Die neoliberale Ideologie, die da ja schon offensichtlich sehr wirksam gegriffen hat, weil es letztendlich ja keine deutsche Tradition ist. Gerade in der Nachkriegszeit gab es ja viele staatliche Subventioneingriffe, keynesianische Programme und so weiter. Weil das, also ich halte mich im Moment für den, wirklich, das beunruhigt mich am meisten. Das Wiedererstarken der rechten Kräfte sowieso. Aber dass aus dieser prekären sozialen Lage keine linke Politik entsteht. Und zwar auch noch nicht mal bei der Partei, die so heißt. Also jetzt, dass die Grünen, das interessanterweise von dem Wahlkampf, das Einzige, was ja hängen geblieben ist, ist, dass sie ein Veggie-Day einführen wollten. Darauf wird das dann ja runtergebrochen, auf solche irgendwie letztendlich völlig banalen Dinge. Wo ich mich dann auch frage, welche, wer hat denn eigentlich Interesse daran, diese tatsächlich interessanten Themen so zu vernebeln, dass sie offensichtlich nicht dazu ausreichen, gewählt zu werden. Also beim Letzten kann ich Ihnen sagen, das war Kai Diekmann von der Bildzeit. Ganz genau, ganz genau. Der tritt ja mehr oder weniger personifiziert auch auf bei uns in Borgen. Also es gibt auch in der Fernsehserie. Da kann man ja mal sehen, solche Leute gibt es wirklich. Das ist jetzt nicht nur pauschalisierte, irgendwie demokratieskeptische Ideologie. Ja, vielleicht können wir mal das Gespräch öffnen. Und vielleicht haben Sie Fragen an Jürgen Trittin oder Niklas Stehmann. Nutzen Sie die Chance. Seien Sie nicht so schüchtern. Da, Augenblicke, kommt ein Mikro. Ich weiß noch nicht richtig, ob ich das als Frage hinkriege, aber bei dem Letzten, was Herr Trittin sagte, da spielte ja eine Rolle, dass es nicht dieses positive Bild vom Staat gibt, sondern dass der oft sozusagen sehr leicht als Gegner, der einem was wegnimmt, aufgebaut wird. Und beim Sehen des Theaterstücks hatte ich oft die Wahrnehmung, dass das Theaterstück eigentlich erzählt, wie die Fernsehserie es schafft, die Politik, die Politiker doch mit sehr vielen Sympathien zu belegen. Also immer dieser Schnitt in ihre privaten Beziehungskisten hinein. Da gibt es ja ganz viele Liebesgeschichten. Und dass das eigentlich diese emotionale Aufladung schafft und diese Empathie schafft, die man sonst eben in der Politik vermisst, da nicht reingeben kann. Trotzdem weiß ich nicht, was jetzt die Frage ist. Ich glaube, wenn man darüber redet, wie man ein positives Bild von Politik transportieren kann und dann greift man zu diesem Mittel, dann ist das im Rahmen von der Fernsehserie, glaube ich, völlig legitim. Es ist aber auch legitim, im Rahmen von Theaterstück das zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal daran zu erinnern, dass in den Momenten, wo das in der Politik passiert, so eine Personalisierung und man denkt, oh, der ist ja so toll, der Typ und so, man natürlich nicht mehr weit entfernt ist vom Populismus und es, glaube ich, letztendlich nicht allzu sehr zur Wahrheitsfindung beiträgt. Deswegen sind wir jetzt in der Inszenierung mit diesem persönlichen Ding ja anders umgegangen. Also ich glaube auch nicht, dass wir das denunziert haben, das war auf jeden Fall überhaupt nicht der Ansatz, sondern ungefähr ab dem zweiten Teil gibt es ja eine Überlagerung. Und das ist für mich, ich habe das jetzt vor einer Woche nochmal geguckt, auch mit ein bisschen Abstand, ich fand die Inszenierung sehr, sehr beunruhigend. Und das ist vielleicht der Unterschied zur Fernsehserie, die erstmal vielleicht eher beruhigt. Aber in einer Lage, die vielleicht nicht allzu viel Grund zur Ruhe oder zur Beruhigung gibt, gibt es vielleicht auch ein bisschen Anlass zur Beruhigung. Was im zweiten Teil passiert, dass diese persönlichen Geschichten über die politische Erzählung rübergeblendet wird. Es wird richtig übereinandergelegt und dann passiert auf einmal das, auch durch die Doppelrollen, dass die Schauspielerin, die die Journalistin spielt, die investigative Journalistin, die die Wahrheit rausfindet über diesen Afrika-Deal, nämlich dass der Industrielle die Politik beauftragt, einen Konflikt zu beruhigen, an deren Ursachen er mitbeteiligt ist und von deren Ursachen er profitiert, weil er Interesse daran hat, dass die Grenzen offen bleiben und deswegen sollen weniger Flüchtlinge kommen. Und die Politik macht das und kann das als total flüchtlingsfreundliche und friedliebende Politik verkaufen. Und das Ganze passiert aber dann oder kann nur deshalb stattfinden, weil die Presse, die zum größten Teil diesem Krone, diesem Industriellen gehört, einen Maulkorb kriegt. Das ist alles original in der Serie drin, das vergisst man so ein bisschen, wie gesagt, Out-of-Africa-Bilder und dann wird das so ein bisschen irgendwie verkittet. Und diese Journalistin, die das sieht und das rauskriegt, wird auf einmal überblendet mit dem Schicksal der Tochter, die Angstattacken kriegt. Und da denkt man, okay, die kriegt zu Recht Angstattacken, weil sie nämlich bestimmte Dinge sieht, die fundamental nicht stimmen und sie darf die aber nicht aussprechen. Auch das Originalborgen, die Journalistin verzichtet auf ihre investigativen Ergebnisse, obwohl sie großer Fan ist von Robert Redford und Dustin Hoffman in All the President's Man, in der Watergate-Affäre, verzichtet auf diese Ergebnisse, weil sie den Frieden in Afrika nicht gefährden will. Und das wird alles so erzählt, diese Konflikte werden dargestellt von der Serie und das macht es zu einer tollen Serie, nichts anderes machen wir da im Theater. Und dadurch, dass das überblendet wird und auf einmal letztendlich die Neurose oder die Psychose dieser Tochter zu einer der vierten Gewalt wird, also man sieht bestimmte Sachen und darf sie nicht aussprechen, dann sind die Kinder bei uns ja auch immer noch so ein bisschen die Kunst, also die bestimmte Sachen sehen und Wahrheiten sehen, aber sie nicht auf eine Art aussprechen können, dass es irgendwas bringt. Aber wir können ja noch mal weiter fragen. Und auch die Voraussetzungen dafür, dass sie diese Wahrheiten sehen können, ist, dass sie auf dem Sofa der Eltern sitzen. Katrin Bettina Müller, ist Ihre Frage beantwortet? Das Theaterstück auch ein Defizit aufdeckte von Bindungen an die Politik, von emotionalem Interesse für die Politik. Und dass, ja, wie die Politik selbst das herstellen kann, das wäre die Frage. Ja, das geht jetzt an Sie, Jürgen Trittin. Indem er hier sitzt zum Beispiel. Ja, ich habe eben gespannt zugehört, weil die Antwort war ja eigentlich, dass sozusagen der Kern, der politische Kern der Serie, in dem das angelegt war, mein Hinweis, um an den Anfang zurückzukehren, war ja, hier ist sozusagen eine Interpretation dieser Serie auf die Bühne gebracht worden und ein Stück D und rekonstruiert worden. Das, und da bin ich ganz bei meiner Anfangsfrage. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Kann Mann oder Frau in die Politik gehen und sich selbst bleiben? Weil es würde niemand auf die Idee kommen und sagen, kann jemand Friseur sein und sich selbst sein? Weil es ist eine unglaubliche Verarschung, jemanden auf seine berufliche Tätigkeit oder auf diese eine Tätigkeit zu reduzieren. Die Soap funktioniert aber genau darüber, dass erzählt wird, wie ein Inviduum sich in diesem Fall in der Politik, man könnte auch so eine Serie über Geschäftsleute drehen oder eben auch über Friseur sozusagen, in der Situation vergegenwärtigt. Und das, was unter die Räder kommt, da bin ich ja bei der Interpretation von Niklas Demann gar nicht so weit entfernt, ist der Gehalt in der Serie angelegt, wie Macht im modernen Kapitalismus funktioniert, mit welchen Instrumenten er sich durchsetzt und dass dieses eben über das Stilmittel der Soap tatsächlich in der Serie zum Teil verloren geht. Die klare Aussage, hier sind die Interessen eines Unternehmens, irgendwelche Rohstoffe rausgezogen hat, schlicht und ergreifend untergeordnet worden und man hat unter der Überschrift Frieden für Afrika dessen ökonomische Interessen gesichert. Das ist der Kern. Und wenn das in dieser Simplizität gekommen wäre, hätte das niemand abgenommen. Es wird eingekleidet in eine persönliche Soap, aber damit wird es gleichzeitig entpolitisiert, weil es von den Strukturen und den Machtverhältnissen abwägt. Dann sind wir uns einig. Genau das habe ich inszeniert, finde ich gut. Ja, aber wie kann das funktionieren? Aha, da hätten Sie. Herr Trittin, ich wollte da anschließen, dass es mir jetzt auch gar nicht so um Identitätsfragen gehen würde. Also ob jemand, der in die Politik geht, sich selbst treu bleibt, da bin ich auch froh, dass ich nicht mehr so bin, wie ich mit 18 war. Also so Veränderungen kann man noch einem Politiker zugestehen oder ist eigentlich normal. Die Frage wäre jetzt eher, was für eine Anreizkultur herrscht in der Politik. Also was ich beobachte, ist, dass es eigentlich zwei Typen von Politikern gibt. Die einen, die ein bestimmtes Issue haben, was sie durchdrücken, was sie durchsetzen wollen. Das kann ein Projekt sein, was gut für die Allgemeinheit ist. Das kann ein Projekt sein, was nur für eine bestimmte Interessengruppe gut ist. Aber das nehmen sie dann an, versuchen das durchzusetzen und nehmen ein Feedback nur dann wahr, nach dem Muster, ist das jetzt gut oder schlecht für mein Issue. Und dann gibt es die anderen, die die Politik sowieso nur als ein Karrierefeld begreifen und sich die Issues danach aussuchen, was jetzt gerade opportun ist und wo man den nächsten Karrieresprung machen kann. Und was ich nicht sehe, ist, dass es noch Politiker gibt, und Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber ich sehe sie kaum, die den Souverän ernst nehmen. Also die irgendwie einfach nur mal hören, was ist jetzt wichtig für eine Gesamtheit von Gesellschaft und die danach Politik machen. Und da wäre jetzt mir eine Frage, also wie man das auch in Ihrer Partei diskutiert, ob man das überhaupt in Ihrer Partei diskutiert, dass man Anreizkulturen schafft, dass Politiker den Souverän wieder ernst nehmen. Also Ihre Beschreibung, dass es so und solche gibt, ist völlig zutreffend. Und dass Strukturen, die zum Beispiel über dieses Zusammenwirken, ich habe eine Information aus dem Ausschuss, das kriegst du, dafür werde ich in deinem Artikel bei Spiegel Online exklusiv zitiert. Das ist so ein klassischer Fall, wie Mechanismen und Anreizmechanismen funktionieren. sozusagen in Diskretion gegen zitieren. Dass solche Strukturen so etwas befördern können, dass Leute, die nur danach gucken, wie sie weiterkommen, etwas sind. Und dass das in allen Parteien so ist, ist so. Ich würde aber selbst für meine nicht sehr geschätzten Kollegen, jetzt als Kollegen natürlich geschätzt, aber politisch nicht geschätzt, für die CSU sagen, die meisten von diesen CSU-Lern, die angefangen haben, haben angefangen mit einem bestimmten Anliegen. Meist in der Kommunalpolitik und mit etwas, was sie verwirklichen wollten. Also das, was sie Issio genannt haben. Und deswegen ist die Frage der Anreizstrukturen, ja, letztendlich müssen die Menschen damit selber klarkommen. Vor einem Punkt würde ich warnen, dass irgendeiner glaubt, er würde die Interessen des Souveräns vertreten. Er ist so antidemokratisch. Das ist nicht so. Niemand geht in eine bestimmte Partei, um eine bestimmte Politik zu machen, weil er die Interessen des Souveräns vertritt. Als ich angefangen habe bei den Grünen, da wollten wir drei Dinge. Wir wollten mehr Gleichberechtigung für Frauen, wir wollten die Nachrüstung verhindern und wir wollten keine Atomkraftwerke. Da haben wir uns nicht eingebildet, dass das die Haltung der Bevölkerung war. Weil ausweislich alle anderen Parteien waren die anderer Meinung. Das mag jetzt, was unsere Energiepolitik angeht, inzwischen weitgehende Überzeugung sein. Aber, wie Sie gesehen haben, auf dem Parteitag der AfD, es gibt immer noch Leute, die sind anderer Auffassung. Deswegen, in der Demokratie existiert der Wille des Souveräns nur nach dem Ausfechten unterschiedlicher politischer und sonstiger Interesse und sie wird am Ende mit Mehrheit entschieden. Und deswegen glaube ich, dass Parteien gut berufen sind, zu ihren Inhalten zu stehen, zu den Interessen, hinter denen sie stehen und klar zu haben, dass sie damit im Wettbewerb, im Gegensatz, man kann auch sagen, im Kampf, und Demokratie ist nichts anderes als verrechtlicher Kampf, deren Interessen stehen und sich bemühen, die durchzusetzen. Am Ende gibt es ein Scheitern oder man setzt sich durch, dann ist das, was man durchgesetzt hat, das macht die Demokratie aus vielleicht nicht immer die Reinformeln, die es hat, aber man soll sich nicht einbilden, dass man damit das Interesse des Souveräns präsentiert hat, sondern man hat die Interessen der politischen Gruppe, für die man steht und die hinter einem stehen, in dieser Gesellschaft hegemonial gemacht und damit erst als Ergebnis ist es zum Willen des Souveräns geworden. Das ist Demokratie. Ich würde das Gespräch gerne noch mal in eine andere Richtung lenken und zwar zur Aufgabe des Theaters. Herr Stemann hat am Anfang des Gesprächs sinngemäß so einen Satz gesagt, wie es ist nicht die Aufgabe des Theaters, Lösungen zu zeigen. Aber da frage ich mich, ist es denn nicht ein bisschen billig, so einen Ansatz zu wählen, denn ich halte die Gesellschaft schon jetzt für relativ destruktiv, muss im Theater, denn nicht eher positive Visionen gezeigt werden, anstatt jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen, wie es meiner Meinung nach Journalisten schon zur Genüge tun. Naja, das Konzept der Tragödie ist ein anderes, als die Welt so zu zeigen, wie sie sein soll. Und ich glaube, also gerade wenn man jetzt in so eine Richtung, was sie glaube ich tun, von Wirkung oder so argumentiert oder sucht, ist die Frage, ob man, also wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, das wäre doch toll, wenn es so wäre oder einfach nur die positive Utopie zeige oder auch zeige, so wie es ist, ist es doch eigentlich ganz schön, ob das tatsächlich so wirksam ist. Oder ob nicht vielmehr, also Katharsis, also man zeigt die Dinge nochmal zugespitzt und was ich vorhin erzählte mit Beunruhigung, schafft eher nochmal eine neue Unruhe, die dann Menschen dazu anregt, nachzudenken und das wiederum in der brechtschen Tradition so zu überlegen, müssen denn die Dinge so sein, wie ich sie da gerade in diesem Theaterstück sehe, das halte ich für den wirksameren Ansatz, muss ich sagen, abgesehen davon, dass sie auch denkt, woher sollen wir denn die Wahrheiten haben? Also ich habe das ja vorhin mit diesem esoterischen Energiebegriff, der ist aber bei meinem Theater einfach sehr, sehr wichtig, weil ich denke, es geht um so viel mehr als um das, was ich mir in meinem kleinen Kopf denke oder was sich jeder Einzelne in seinem kleinen Kopf denkt, was man so für Wahrheit hält. Und da haben wir, glaube ich, im Theater eine ganz andere Chance auf so eine Art und Weise, die nicht nur in einem Kopf stattfindet, sondern in vielen Köpfen und vielleicht auch in vielen Körpern über eine sinnliche Erfahrung von bestimmten Diskursen weiterzukommen, als nur bei dem zu landen, was man sowieso weiß. Sie wollten was antworten, Herr Trittin. Ja, das finde ich, ich bin mehr nur Theaterbesucher. In so ein Theater würde ich nicht gehen wollen. Also das verliert seine Funktion. Nehmen Sie mal ein Heile-Welt-Stück im Weißen Rössel am Wolfgangssee. Ja, man kann das als Heile-Welt-Stück inszenieren. Man kann es aber auch als Clash sozusagen dieses Neu-Auftreten in velherminischen Deutschland, was gerade in Gestalt von Preußen dabei ist, sich diese ganze Gegend anzueignen und ein Stück Kolonialisierung von Bayern betreibt, inszenieren. Womit man letztendlich das Stück wahrscheinlich ernst dann nimmt. Dann würde man das Stück ernst nehmen. Das war nämlich bürgerliches Aufklärungstheater, genau, die dieses gemacht hat. Und nochmal, ich gucke mir, ich ärgere mich auch lieber über Theater oder finde etwas daran auszusetzen, aber ich fühle mich sozusagen intellektuell herausgefordert, als dass ich irgendwo Heile-Welt vorgespielt bekomme. Ich will an der Stelle, weil es ja auch Schaubühne war, eine andere Schaubühne-Inszenierung erwähnen. Vier. Ich bin ja nicht im Verdacht, irgendwie der AfD nahe zu stehen, aber dieser Abend hat auch in der Auseinandersetzung, in der Rekonstruktion der ideologischen Bezüge, nicht nur dessen, was da an familiärer Tradition in derer von Storchs drin steckte, worüber sie sich aufgeregt hat und das Stück verbieten lassen wollte, sondern auch in diese Einbettung in einen normalen Diskurs mit der Figur der Eva Herrmann, die auf der Bühne da oben rumsteht. Das ist Theater, was verstört, was stört und was zum Nachdenken anricht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied dagegen gegen journalistische Schmähkritik oder worauf Sie raus wollten, zum Nachdenken anzuregen und emotional berührt zu sein. Das ist für mich Theater. Ich glaube, ich muss in drei Minuten los. Ich würde ganz gern eine Frage noch an Jürgen Trittin stellen, weil so oft sitzt man ja auch nicht auf dem Podium mit ihm. Gerade war wir geredet, also jetzt irgendwie Politik, Skepsis und so weiter, diese ganzen Sachen, die im Raum sind. Sie haben das ursächlich zurückgeführt auf Neoliberalismus oder irgendwie vor Marsch der neoliberalen Ideologie. Wenn Sie in Ihre Zeit zurückdenken in der Regierung Schröder, wussten Sie zu dem Zeitpunkt, haben Sie das gemerkt, dass genau das zu dem Zeitpunkt passiert? Haben Sie versucht, da was gegen zu machen oder haben Sie es gar nicht gesehen? Oder wie ist das oder wie denken Sie in diese Zeit zurück, wo man denkt, das ist doch eine der Ursachen. Und viel mehr als jetzt ich mit meinem Theaterstück eine der Ursachen für Defetismus bin, ist es doch eine Politik, die erstmal unsozial ist. Ich habe dann ja nicht nur sozusagen ein Memorial zu, sondern habe unter anderem dazu ein Buch geschrieben, was der Fehler gewesen ist. Unter anderem die Frage, dass Parteien der linken Mitte durch eine Vernachlässigung der Gerechtigkeitsfrage, und das ist in der Gesetzgebung, die diese Regierung mit zu verantworten hatte und die dann fortgesetzt worden ist mit der Einführung von der Kapitalertragsteuer etc. stattgefunden hat, ihre eigene Mehrheitsfähigkeit untergraben hat. Das hat übrigens die Sozialdemokratie stärker getroffen als die Grünen. Die Sozialdemokratie, die unter Schröder nach der Geschichte noch auf 35% gelandet ist, ist dann mit der Ansage unter Müntefering, wir machen die Rente mit 67% auf 24% abgesenkt. Und das ist sozusagen das Niveau, auf dem Sie heute sind. Und wenn wir uns genau angucken, wie die Entwicklung in den anderen europäischen Ländern ist, so erleben wir die Destruierung der sozialdemokratischen Idee. Und zwar in zwei Richtungen. In der einen Richtung in Süden Europas hin zu neuen, linken, populären, ich sage bewusst nicht populistischen Bewegungen. Ich halte weder Syriza noch Podemos für populistisch, sondern sehr an Aufklärung und antikorruptiven neuen Bewegungen und auf der anderen Seite in der Mitte und im Osten Europas die Usurpierung der sozialen Frage durch Rechte der Nationalisten. Und darauf muss die Antwort gefunden werden. Die kann nur in einer Politik bestehen, die nachdrücklich auf mehr Gerechtigkeit setzt und mit diesem neoliberalen Dogma aufhört, zu glauben, über Austerität es reformieren und retten zu können. Würde ich gerne auch auf die Gefahren, dass ich meinen Flugfahrpass kurz nochmal nachhaken. Glauben Sie denn, dass Sie das schaffen? Glauben Sie, dass die Grünen tatsächlich wieder zu einer Partei entwickeln die diese Themen besetzt? Weil im Moment ist es ja nicht so. Ich glaube, dass die Grünen deswegen auch weniger davon Schaden genommen haben, weil natürlich die Wählerschaft der Grünen vielleicht auch sozial kohärenter ist. Böse gesagt ist vielleicht die Partei der Besserverdienenden, die dann sich irgendwie um schöne moralische Themen kümmern kann, weil sie es sich leisten kann. Deswegen glaube ich, dass es die SPD viel mehr zerrissen hat, diese Form der Politik. Aber wenn ich Sie so reden, ich wünsche mir das ja so, ich wünsche mir, dass die Linke profitiert und ich wünsche mir, dass die Grünen wieder eine linke Partei werden. Die Moral wird nicht funktionieren. Erst wenn Sie die Moral wieder zu Interessen und zu materiellen Fragen runterbrechen, wird man an dieser Stelle eine Situation haben, wo man eine Veränderung stattfindet. Und das wird im Übrigen so sein, das gilt für die Grünen, das gilt unter ganz anderen Vorzeichen für die Linke und es gilt letztendlich auch für die Sozialdemokratie. Wenn diese Frage wieder in den Mittelpunkt gestellt wird und solche Leute wie, ich habe die Bewegung im Süden genannt, aber ich glaube, solche Phänomene wie Bernie Sanders und Corbyn zeigen, dass es dafür ein dringendes Bedürfnis gibt. Und wenn man diesen Weg nicht geht, ja, dann wird der Vormarsch der Rechtspopulisten nicht aufzuhalten sein. Wir werden österreichische Verhältnisse kriegen, wo die Rechten nicht in der Regierung sind, aber die politische Agenda bestimmen, wie man zum Beispiel an der neuten Schließung des Brennern sehen kann. Ich bin gespannt, wer das beobachten, wie die Grünen sich zur Führungspartei der neuen Linken macht. Es bleibt also... Ja, dann danke ich herzlich Nikolaus Stehmann, Jürgen Trittin Ihnen und wünsche Ihnen eine weitere spannende Konferenz. Tschüss. Applaus Tschüss. Tschüss. Tschüss.